Musik Ja, ich kann es nicht mehr sehen. Es ist wirklich unglaublich, nach den letzten vier Jahren zu sehen, was wir haben durch die Probleme wir haben zu lösen. Und all die agony und joy, die mit der Project Life ist. Es ist ein sehr wichtiges Projekt, die P2 Excursion ist, und eine der größeren Fähigkeiten ist, das Elektrik-Engine auf der Seite, das ist sehr kompakt und sehr leicht. Es gibt viele aerodynamische Fähigkeiten wir wünschen. Und auch die Laminan-Flo fuselage will uns die Energie effizient wir für in an aeroplane an aeroplane an und das auch auf und auf auf Das ist sehr wichtig, dass es sehr wichtig ist. Es ist auch wichtig, dass es sehr wichtig ist. Es ist auch wichtig, dass es viel Platz für die Luggen, such as skis, bicycles and other equipment that requires volume but isn't necessarily very heavy. The cockpit system is a modular system. It has a modular console system. It also has a stick that acts as a rudder control and your control both on water on the ground. So essentially we've taken away the pedals which is one of the major features of the interior that you control everything through the stick and the throttle console will work then as the braking system for the wheels but also reversing the electric engine when you pull it all the way back. So that gives you inherent control of the airplane through your two hands and that is all that you will be required to use to be able to control the airplane. a new and very interesting feature for the future. go to the network or you can modify the mainörd Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017